Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft! OIQ812, Ausrufezeichen, genau. Ja, ich habe mal einen ganz großen Fehler gemacht. Ich habe ein paar Folgen gelöscht. Also ich habe gestern noch eine Aufnahme gemacht von Minecraft und ich dachte, scheiße, mein Headset ist nicht an. Dabei waren die Boxen nicht an, dann habe ich das jetzt gelöscht, kann es nicht wiederherstellen, weil ich den Papierkorb geleert habe. Also habt ihr jetzt wieder, aber es war eine kleine Folge. Ich denke, so acht Minuten oder so habt ihr verpasst. Naja, aber ich bin halt auch noch in der Anfangsphase von Let's Play. Genau, wir haben hier uns mal ein kleines... Hallo, wo geht's runter? Genau, das Fällchen haben wir jetzt ange... Geht's hier und hier geht's runter. So, haben wir uns hier mal ein bisschen zurechtgefunden mit diesem ganzen Wirrwarr von Minecraft halt, von Blöcken. Und dann dachten wir, bauen wir doch einfach mal... Oder dachte ich, weil ihr habt es ja nicht mitbekommen. Bauen wir doch einfach mal ein Haus. Alles in Ordnung und so. Ja, jetzt brauchen wir noch ein paar Samen. Und ein bisschen Holz. Haben wir noch Holz? Nein, das würde ich jetzt ja kein Holz holen. Du... Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Hm! Hm. Ach so, das ist ein Baum gewachsen, das ist gut. Wer hier hat einen Wehrwolle angefangen ist, das ist irgendwie so eine Passage oder so. Aber ich denke, diese Schicht ist auch noch weg. Die Nerven gehen weg! So, und dann sieht das doch alles schon mal ganz gut aus. Können wir den ja nicht wegnehmen. Aber den da lassen wir nochmal. Und den können wir dann hier auch wegnehmen. Genau, und ich sagte, wir müssen nochmal in diese tolle Höhle reingehen. Also gehen wir jetzt nochmal in diese tolle Höhle rein. Keine Ahnung, wo das war, aber es ist mir egal. Wir gehen jetzt einfach mal rein. War das hier? Ein Schäfchen. Hallo Schäfchen, geh weg Schäfchen. Schäfchen. Geht doch. Was war hier? Oh so, hier war gar nichts. Hier war das tolle. Oh, hier ist total viel. Ich werde hier fassen. Wahnsinnig vor vielheit. So. Ach, wie denn nun mal das Tageslicht. Ich finde es echt schöner mit... Geht die Sonne nicht wieder unter? Was ist das? Ach, wie schön, Rosen. Komm, ich mach mir mal kurz ein bisschen rote Wolle. Ding, ding. Und ding, ding. Ach nee, es geht nur mit weißer Wolle. Hm. Hm. Hehehehe. Schäfchen? Kommst du mal kurz her, du kleines Schäfchen? Hm? Hm? Oh, hehehe. Dankeschön, du kleines Schäfchen. Wünschen, du bist auch dran. Muhaha, das sind noch zwei weiße Schafe. Tschüss, Schäfchen. Sag Tschüss zu deinem Zuhause, Schäfchen. So, jetzt will ich nochmal sehen, ob das geht. Haha, das geht nämlich. Muhaha. Mist. Muhaha, Mist. Triumph! So, ich hab mir jetzt mal angewohnt, die nicht mehr mit, ähm, hier die Kombination hier nicht mehr mit, oh, mir fehlen heute echt die Worte, nicht mehr mit der Tastatur zu machen oder die Nummer, sondern einfach mal mit dem Rädchen hier. Dafür haben wir es hier. Und wir haben auch eine Axt, damit wir Bäume abbauen können. Was ist da? Ich sag was Gruseliges, auch wenn wir auf Peace-Fort spielen. Was ist da? Oh, erz. Och, wie schön. Hab ich hier nicht gerade etwas Funkeln gesehen? Ach, nee, das ist ja, meine Schauke ist ja kaputt. Noch mehr Eisen. Yay. Ich mag Eisen. Ich hab was gegen Eisen. Ich denke, keiner bei meinen Kuh hat was gegen Eisen. Eisen passt einem nämlich immer ganz gut, wenn man das findet. Oh, schön, so dämmerig. So dämmerig. Dämlich. Ein dämliches Licht. Das Licht ist nicht sehr besonders schlau. So dumm muss man erst mal sein. Tschung. Tschung. Oh. Oh. Mano. Ich dachte so, boah, wie cool so eine krasse Höhle hier. Da ist jetzt auch nur labriges Geschwitz alles. Was? Geh in der Sandblöcke. Hä? Hä? Ich glaube, hier werden uns mal was suchen. Und nicht auf so'n scheiß Baum. dass wir das Baumhaus da einfach mal in Frieden leben. Dann können wir noch mal eine neue Aufnahme machen. Nehme ich eigentlich schon auf? Ich muss auch kurz gucken. Ja, ich nehme auf. So. Äh. Haben die Platz angeschaut oder so? Anscheinend ja nicht. Geh mir aus meinem Gesicht, du Scheiß. Scheiß Kuh. Ich bin ein Kuhmöder. Mann, ich will eine Wiese haben. Kein Scheiß Wald. Ich will auch keine Berge und ich will gar nichts haben. Ich will einfach nur eine Wiese haben, wo ich meine Sachen bauen kann. Ich läd mich in keiner. Ich bin traurig. Das hört man daran, dass ich lächle. Vor allem, das hört man daran, dass ich lächle. Lächle. Sagt man lächle oder lächle? Hm? Äh. Ich werde wahnsinnig. Ab in den See und das war's. Wir machen schwarze Wölfe. Hilfe, das sind so, das sind so Power-Wölfe. Power-Wölfe, Hilfe. Power-Wölfe. Wir wollen von Power-Wölfe attackiert. Die haben sich nämlich da einfach so hingespawnt, weil wir die Schneewelt betreten haben. Aber wir werden sich nicht betreten, diese Schnee. Okay, meine Hündchen, kommt mit. Spielen wir Rock'n'Roll. Spielen wir Städtchen? Spielen wir Städtchen? Ja, wir spielen Städtchen. Mann, ich will nicht schon wieder Hunde haben. Ich hasse Hunde. Ich will doch einfach mal ein Häuschen haben. Pörechen, noch ein Hund. Geht weg, ihr Scheißteile. Boah, die regen mich so auf. Die regen mich so derart auf. So wieder so ein schräger Baum. Das sind doch komische Bäume. Das sind so Cyberbäume. So, jetzt muss ich es doch mal kurz mit der Tastatur machen. Schwupp und schwupp. Nee. Ah ja. Ich baue mich dann doch nochmal wieder hoch. Ein Baum aus, äh, ein Baum aus Dreck. Nachher sieht man da nur so'n Ding, so'n Baumstab. Ich will da nur ein bisschen Wiese haben. Ich will kein Schnee, ich will gar nix, doch, ich will nur ein bisschen Wiese haben. Warum wollte ich mich denn alle quälen? Quälen. Quälen. Überall. Nur Wald und Bäume. Ich kann da anfangen zu heulen. Also das ist ja eine sehr spannende, eine sehr spannende, ähm, Folge. Oh, Moment, ist die Berge. Und hinter Bergen kommt meist Höhlen. Nein, ich meine, das ist eigentlich Wiesen. Kommt hinter Bergen nicht meistens Wiesen? Bitte, dass diese Metapher aber werden sein, tun, machen. �Angriff, Meister. Ein팅fillote Gal. Bis zum Uhr 해�ائreibt. Es gibt noch keine Em頭 bracket mehr, oder? Das ist nicht grad, dass ich auch eine Welt hab' die Welt will. Das ist eine Weltgugel. Es gibt noch mehr Berge. Ja, klar warum mich noch mehr Berge? Was ja noch gar nicht viel Berge. Mann, das richtet mich schon wieder auf erstes Pafl Kennethiv. feiert hier uhr und geile moment nur und die kreis wie krass extravagant k scheiße ja so kann das sein im bett wurde blockiert oder zerstört ja gut jetzt müssen wir noch mal zurückfinden ach so okay hier war das ding genau dann kommen wir hier wieder raus sind und dann sie nicht unsere Häuschen gewesen der geberge ist gut ich bin jetzt nicht mehr ein kursi wiederfinden immerhin und Sachen wieder haben auch okay das ist Häuschen dann werden wir das andere auch schnell wiederfinden bitte ich will meine Sachen schon wieder haben so und jetzt für ein Freund ich muss mal kurz das Ohr kratzen so so Ohr gekratzt m wieici es wie die die jahre ich wie ihr barr hit und表示 dicho unter oben an ich weiß doch alles nichts da das sieht mir ein bisschen nach bald aus ach so und dann und so kleine Hütte die T-T-T-T-T-T-T-T und schafft es sich nicht die Stau die Schau die die juli 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 ach da war die Kontrolle Konstellation, wo sind wir runtergeflogen? oder war der die nein, nicht da da, ich suche das weh scheiß Schafe ich werde auch noch wegen, äh, Schweine meine nicht ich werde auch noch wegen Schweindepressiv übrigens ich habe mich bemerkt da bin ich runtergeflogen runter da geh runter hier meine, eigentlich XP oder wieder, wie ich es jetzt verstehen ach, meine Sachen cool das war ja schon mal schön ich fand es sehr lustig würde ich gerne noch mal machen, wie wär's? wie wär's? wenn wir uns hier nochmal unterstürzen ja, klar, warum nicht, ok nein so, und dann, wo, genau, das Ding hat ich da und die Focke hat ich da und die Stöcker will nicht auch da haben und die Stöcker will nicht auch da und das Ding auch da und hier da boah boah, das hat jetzt ein bisschen nein oh, einen Moment ich bin gleich wieder da so, jetzt bin ich wieder da da war ein Anruf, man muss ja noch ein bisschen rumtelefonieren aber für euch war das ja wahrscheinlich nicht so ein wirklich langer Unterschied und dann schneide ich das zusammen dann geht das schon irgendwie auf jeden Fall, genau, wir haben jetzt ja unsere Sachen wieder das wäre schon mal schön wir nehmen uns etwas und da haben wir auch schon gleich so eine tolle Wiese hier gefunden ach, wie schön, und hier können wir anfangen zu bauen warum, bis der Wald kommt naja, wir brauchen eh noch ein bisschen Holz und da oben schwebt ein Erdblock in der Luft hier hey Mami, guck mal, da schwebt ein Erdblock in der Luft oh ja, tatsächlich zwei Erdblöcke sogar also eigentlich sind es ja zwei Erdblöcke und ich habe das noch nicht aus Stein gemacht, darauf weiß ich auch nicht ich habe jetzt ja Koppelstum hm, hier ist schon wieder so ein Megabaum hier ich halte immer nur die Hälfte von ab und die Teile gehen wir voll auf den Zeiger so, und hier noch komm, den machen wir hier auch noch komm, den da, den kriegen wir auch noch hier hinten da, komm, der hier noch komm, ein noch wo haben wir Erde? da haben wir Erde so, da schwupp, 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 schwupp hm, wo? so, da haben wir noch und da haben wir auch noch lang zu, lang zu, meine Freunde haben wir auch noch und da haben wir auch noch hier und da haben wir noch da haben wir noch und da haben wir noch ��ecz und wo noch, da haben wir auch noch meine Güte haben wir noch vier Wieder einmal einen Augenblick.